Moment warten wir, dann kommt auf der Mark und da ist schon ein ziemlich großer Teil von Nobody's Wife zusammen und da ist er schon. Ja, guten Abend, wie gesagt, wir sind die Band Nobody's Wife, sind hier aus der Region Mose, aus Münheim, machen Rock-Pop-Cover-Songs aus verschiedenen Jahren und da die Leute immer klatschen, wenn wir spielen, denke ich, wir machen das eigentlich ganz gut. So, dieses Jahr werden wir im März im Nels Park Hotel den Dreh spielen und auf der Veranstaltung Music for Help, wo es um krebskranke Kinder geht und wo es uns bedürft ist, zu helfen und wollen hier ein bisschen erklären, warum wir das eigentlich machen. Ja, zum einen haben wir ein ziemlich gutes Hobby, was sich eigentlich immer hervorragend eignet auf Wissstände oder eben auch auf hilfsbedürftige Menschen aufmerksam zu machen, das ist die Musik, immer ein gutes Mittel, um Leute zu erreichen und deswegen haben wir uns auch entschlossen, dieses Projekt zu unterstützen. 2015 kam die Sonja Sturz das erste Mal auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir da mitmachen und haben wir sofort bejaht, war damals mit dabei in Graben-Grabach und dieses Jahr auch wieder in Trier. Ja, wir haben selber Kinder und können uns wahrscheinlich nicht vorstellen, was es heißt, ein krebskrankes Kind zu haben. Das ist eine Belastung für die Kinder selber, aber natürlich auch für das komplette familiäre Umfeld und der Förderverein Krebskrankheit und der Trier unterstützt genau solche Familien. Und ich denke, die können jede Unterstützung gebrauchen, die sie kriegen können. Absolut. Und da springen wir natürlich mit dem Boot und sind dabei. Genau. So, damit wollen wir auch zum Ende kommen. Wir freuen uns darauf, im März im Nelsparkhotel zu spielen. Wir sagen jetzt erstmal Tschüss und sehen uns dann hoffentlich zahlreich im März im Nelsparkhotel. Wir sehen uns und wenn auch ihr diese Aktion unterstützen wollt, dann wird jetzt gleich das Spendenkonto eingeblendet und da könnt ihr natürlich gerne vorabschauen haben sie ab. Ansonsten sind sie, wir lesen sharks im Nelspark. Viel Spaß! Bis dahin! Ciao!